moro mein kanal zu einem weiteren video ja liebe leute eigentlich müsste ich diesen artikel hier von der deichstube einfach mal so stehen lassen und gar nichts mehr sagen im grunde genommen bin ich sprachlos wird der ein oder andere sagen ja das ist doch naheliegend wenn man navigator verkaufen will dessen marktwert ja inzwischen nur noch bei einer millionen steht dann es ist auch folgerichtig dass man den jungen mann und 20 ist auch relativ jung aus meiner sicht trainieren lässt in einer mannschaft und ja damit ein wechsel wahrscheinlicher wird ist man auf die idee gekommen bei unserem svw navigator mit der u23 trainieren zu lassen das ist auf der einen seite folgerichtig das ist aber auch folgerichtig und erwartungsgemäß weil ganz ehrlich liebe leute wie verzweifelt muss man sein dass man diesen weg einschlägt mit navigator schreibt mir dazu gerne in die kommentare was ihr davon haltet ich bin im grunde genommen sprachlos und wenn es nicht jetzt noch auf kicker de zitate aus einem interview geben würde ein interview das navigator offensichtlich dem guardian gegeben hat würde ich auch gar nichts mehr weiter sagen weil ich bin am ende des tages schlichtweg einfach nur bedient von dem verhalten unseres managements und ja es kursieren ja viele gerüchte viele werder fans haben die wilde idee dass navigator letztendlich sein vertrag nur aussitzen will um das geld abzukassieren und ganz ehrlich liebe werder fans wenn ich in seiner haut stecken würde was ich gott sei dank nicht tue dann würde ich mir auch sehr genau überlegen ob ich irgendwo in der türkei oder sonst irgendwo ein vertrag unterschreibe ganz besonders auf dem hintergrund dessen was jetzt hier mit dem interview zu tage tritt eigentlich liebe werder fans komplett naheliegend aber wie kater sagt nämlich in dem interview dass er enttäuscht darüber sei wie man ihn behandelt habe wenn ich das geld gewollt hätte hätte ich woanders als in bremen unterschrieben und hier oben sagte ich hatte die option in liverpool zu bleiben wollte nach fünf jahren aber woanders mehr spielzeit bekommen ich hatte zahlreiche angebote habe mich aber für bremen entschieden weil ich deutschland bereits kenne außerdem haben mich der trainer und das management überzeugt und da muss man wahrscheinlich kein prophet sein zu schluss folgern dass man ihm beim svw auch spielzeit versprochen hat und ihr dürft es mir gerne übel nehmen schreibt mir dazu gerne auch in die kommentare da muss ich an andere spieler denken die auch ihrer enttäuschung ausdruck verliehen haben und ja also ich finde das absolut hanebüchen und also auf die idee zu kommen einen navigator der champions league gewonnen hat der ohne jeden zweifel ein guter bis sehr guter fußballer zu sein scheint in die u23 zu stecken und dann zu hoffen dass dieser spieler dann eher verpflichtet werden kann mit dem signal nach außen wir haben einen spieler navigator ein spieler mit einer ausgesprochen erfolgreichen saison bis es ihnen dann verletzungsbedingt total nach hinten geworfen hat und diesen spieler den schicken wir jetzt in die zweite mannschaft mit diesem signal wir haben einen spieler der letztendlich nur noch in der zweiten mannschaft trainieren kann und darf den wollen wir aber verkaufen ja also schreibt mir das so gerne in die kommentare lieber ferder fans ich bin echt ziemlich bedient für mein geschmack eine weitere poste die sich da unser management leistet auch wenn es auf den ersten blick naheliegend ist ich würde mir immer noch wünschen dass man sich beim sv werder eines besseren besinnt und begreift dass man so mit leuten nicht umgehen kann die durchaus ja wie formuliere ich das ein standing haben obwohl sie einen fehler gemacht haben schreibt mir in die kommentare und dann bis zum nächsten video